Hi, ich bin Stefan, bin Digital Artist an der Berlin Games Club Academy. Ich bin zum Spielen daher gekommen, dass mein Bruder mir in jungen Jahren... Ich habe dann drei Jahre lang als Mediengestalter im Druck- und Printgewerbe gearbeitet. Das war dumm, weil das ist das Gleiche. Candy Crush auf jeden Fall, ich bin absoluter Candy Crush Suchtübersüchtling. Und, ähm, Fax, jetzt habe ich vergessen. Sims. Okay, 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 okay. Mein Hauptbereich, meine Hauptaufgaben... Okay, nochmal. Ja, ich arbeite, wie gesagt, bei Superdashmatch als Game Designer. Äh, so mit Sachen über... Ach, die ist schon fein. Ich weiß mich nicht... Was weiß ich denn, das weiß ich nicht genau. Kann ich? Ja. Das ist immer noch Tronkenbewegung, ne? Danke, dass ihr zugeschaut habt. Äh, ich bin... raus. Ich bin Stefan und 30 Jahre alt. Ciao. Ich bin ne... Das kommt nicht auf den Outtakes. Ne, ne. Ne, ne, natürlich nicht. Ich hab's so gut...